Oh yeah cool, noch ein zweiter und ein dritter, oh jetzt geht's ab hier, komm her. So meine Damen und Herren, willkommen zur hundertsten Folge von Let's Play Skyrim. Ach ja, hier ist richtig, die kann ja mal am Dampfen, wir soll winterfester beschützen. Oh Alter, gehen die ab hier. Ray вкус podioso. Moment mal, wir gehen mal ein bisschen hier. Moment, wir machen erstmal ja Lisbeth am Start. Dann ham wir, no, 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 no. Was sind das für viele Quizier Jonathan Crohn-Fest? Ah, also geh mal weg hier. So, lass uns gehen mal weg hier. was haltet ihr von Feuer, ne, der Dinger, was haltet ihr davon, magische Anomalie, alles klar, das bringt überhaupt nichts, hallo, ähm, ok, hua, sehr schön, super, ne, echt, hab ich richtig Spaß, Moment, wir machen mal, wir versuchen mal Blitz, vielleicht bringt ja, bringt ja Blitz was, so, jetzt komm mal her, jetzt, komm, was hältst du von Blitz, hua, oh, wir haben keinen Magikamm, ne, oh man, ok, was könnten wir noch versuchen, Eis, Eis, Moment, wer will, wir gucken erstmal, vielleicht haben wir irgendeinen Trank oder so für Magikamm hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass uns die Magikammar hier ausgegeben ist äh, kleine Heilung, ja, also, Moment, äh, Moment, äh, man, 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 das sieht es aber, äh, eher schlecht aus, Moment, müssen wir hier mal gucken, Objekte, was da los, haben wir doch bestimmt, Zaubertränke so, komm, jetzt hier, Trank der geringen Magikammar oder sowas, äh, 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 Feuerresistenz, geringe Ausdauer, da haben wir es doch, geringe Magikammar, klick, wie viel haben wir davon, ja, pass mal auf, das kloppen wir auf die Favoriten, ähm, äh, äh, raus, 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 hier haben wir auch nochmal, Zaubertrank der Magikammar, ja, das ist doch alles super, warum, der starken Magikammar, ja, meine Güte, hier, pass auf, so, bam, ähm, ähm, ja, das reicht mir, oder, Gesundheit, äh, machen wir mit Heilung und, äh, Attacke Bonanza, so, Moment, ja, dann müssen, sollten wir vielleicht das auch mal nutzen, ne, wenn wir es schon so intelligenterweise angewählt haben hier, so, geringe Magikammar, ja, Moment, dann nehmen wir mal hier so ein, naja, guck mal, das zieht, ihr seht das nicht, aber jetzt seht ihr es, es ist wieder voll, so, wo war ich, Blitz, ähm, naja, nicht zwingend, ne, Lisbeth, gibt Augustus, so, jetzt, äh, 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 was können wir denn noch versuchen, werden es denn weniger, wird das denn, bringt das denn was, so, jetzt komm, ach, verdammt, das war keine Absicht, besuchen wir mal, Feuer, Blitz, okay, ah, die sind schwer zu treffen, die Dinger, ah, okay, aber das zieht, komm jetzt, ja, nicht getroffen, schade eigentlich, oh, jetzt ist, komm, komm, verfang dich doch mal so ein bisschen, du Dressi, ach, na toll, ach, ja, habt ihr Lisbeth geschafft, ja, super, echt, ne, toll, ach, verdammt, ach, starke Magiker, äh, ja, ich hab mich ja beschwert, ne, schon ein paar Mal jetzt, dass es, äh, langsam hier nichts mehr gibt, das uns aufhalten kann, aber, hätte ich mal besser die Fresse gehalten, ne, jetzt haben wir die Dinger ja an den Hacken, echt super, ah, okay, so, wir versuchen nochmal Feuer, komm, weil ich kann, ich weiß mir nicht anders zu helfen, ja, es zieht ab, aber echt nicht viel, äh, huha, huha, so, komm, pass auf, wir machen nochmal Lisbeth, das lenkt sie ab, wo ist Curioso? Ich glaub, Curioso haben sie geschafft, der hat keinen Bock mehr, der spielt nicht mehr mit, na, komm jetzt, oh, du Dreckspiel, ey, komm jetzt, komm, komm, komm jetzt, ja, na, also, yeah, eins weniger, so, heilen, oh, yeah, baby, so, nicht so viel, brauchen ja noch ein bisschen was von der Magiker, oh, yeah, cool, noch ein zweiter und ein dritter, oh, jetzt geht's ab hier, komm her, mh, Brötze, Brötze, Moment, tötet die Kreaturen, die Winterfeste heimsuchen, fünf und zehn haben wir geschafft, na, mein Glückwunsch, ha, ha, sind da noch fünf übrig, ja, sehr schön, echt freu ich mich, ach, okay, wir haben keine, ich glaub, wir haben alles an, an Zaubertrank für Magiker, haben wir, haben wir aufgetraubt, das ist natürlich super, so, was machen wir jetzt, ich bin dafür, wir flüchten erst mal, sechs, ah, ja, ist Curioso doch noch irgendwo am Start, oh, man, oh, man, oh, man, ja, die gehen uns natürlich, oh, lass mich in Ruhe, du Dreckspiel, Moment, haben wir irgendeinen Schrei oder so, der hier was bringt, ah, was können wir denn, hm, ich glaub, auf, äh, hier wegpusten, da springen die nicht an, aber wir könnten, ähm, vielleicht hier, vielleicht können wir da am und zu mal ausweichen, in der Form, ah, guckst du, ne, oh, ja, hier ist Curioso, sehr schön, so, dann machen wir nochmal Lisbeth, ja, so, bitte, kannst du dich mit der guten Frau hier beschäftigen, so, warte, ich helfe dir, ah, komm jetzt, du Drecksding, wo ist es, wo, hier, ah, ha, 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 ha tun wir das so so jährlich die 5 4 2 für dich gut für nicht schwindet wirklich sehr gut so kann man dann mal Tag machen das ist ja echt jemanden total düstere Stimmung bin immer voll dagegen Kixo Jahrhundert zur Folge um Hammer oder wie Ratzfatz das ging haben wir schon wirklich hundert Folgen ist geilen jetzt voll das ist der schiere Wahnsinn um einige haben ja gedacht Prozent als gibt es oder haben Wachner wie schaut aus da gibt es da ein Special oder so ist das hier drin wartet mal ich guck mal ich gehe mal rum um die Hütte müsste sich das ja eigentlich verschieben nee das ist ja nicht denn gibt es da ein Special ich habe mir gedacht ist eigentlich nie kommen wir brauchen keine Rundenzahlen hier für Special Special gibt es ja so und so immer ab und zu mal ach so wir müssen wieder rein in die Akademie na gut das das kriegen wir hin gab ja jetzt letztens auch dieses Kuriosus Special ne und so wird es auch in Zukunft vielleicht mal zu Lisbeth oder so mal ein Special oder weiß der Geier was nicht geben ne also da brauchen wir jetzt keine extra hundert Folgen dafür bis da mal ein Special rauskommen kann die gibt es immer mal so zwischendrin deswegen aber ich freue mich hier hundert Folgen Skyrim das ist doch schön so schön zu wissen dass wir es geht voran es geht voran vor allem mit unserem Zaubertypen hier geht's 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 bald auf das ist das du weißt gar nicht gut für unseren Ruf maybe aber ich soll ja gar nicht zu dir ich soll zu hier schon wieder vergessen wie sie liebsten als er auch egal kommt wen interessiert macht die Tür auf Lass uns rein dann gucken wir mal ob dieser Vogel hier immer noch er ist immer noch fest am sabotieren hier und gibt es was Neues hast du was rausgefunden was ist das für ein Typ da ey hör doch mal auf damit was soll das denn wovor wirst du hier du bringst alle hier in wilde Aufruhe alles beschwert sich also komm was ist los ja haben wir erledigt ich wünschte ich könnte dasselbe von uns sagen Tolfi und ich können versuchen diese Angelegenheit geheim zu halten ihr müsst den Stab des Magnus in die Hand bekommen rasch ja gerne machen wir doch klack ähm ja machen wir dann oder seid ihr seid ihr sicher der Stab ist dort das kann kein Zufall sein ja äh warum Servus bevor bevor er starb er er hat mir vor kurzem etwas gegeben das ist sehr schön er sagte es sei aus Labyrinthion und ich würde schon wissen was damit zu tun sei wenn die Zeit gekommen ist dann glaube ich dass das für euch gedacht war ich weiß nicht warum aber für ihn hatte dieser Zeit etwas ganz besonderes und ich finde ihr geschenkt es hat ein Amulett aber ich glaube euch würde es jetzt am meisten ja nehmt das und macht das ihr wegkommt ja komm her damit und starb zurück bevor an Kanu noch die ganze Akademie um uns herum zum Einsturz jub 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 so was haben wir jetzt hier Servus Ahrens Amulett hinzugefügt Tag von äh Karte aktualisiert begonnen der Stab des Magnus äh äh Moment muss ich erst mal gucken hier werde ich doch glatt neugierig werde ich hier ähm ähm Bekleidung gell so ähm wo haben wir es äh ne 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 wo ist das ne ah hier haben wir es steigert Magiker um 50 ja der Wahnsinn ja gut aber das hier steigert Gesundheit Magiker und Ausdauer um jeweils 30 ne ist irgendwie geiler kann ich dir jetzt nicht helfen ne ja schade aber wir könnten es hm 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 jetzt kommen wir natürlich ein bisschen in Versuchung das ähm zu entzaubern hm aber ich glaube wir haben das schon hab ich schon mal was was Magiker steigert entzaubert und gucken wir mal nach das möchte ich wissen da bin ich neugierig das kennt ja wie das ist das ist ja das ist ja ich so ja so ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017